Aber wir wollen heute mal Abwechslung, wie auch die letzten zwei Tage schon. Einfach mal, damit die Pragmatik mal zu sich kommen und mal verstehen, dass sie den Scheiß nicht mit uns abziehen können. Massenkehnecks, wenn ich was neinstecke, dann will ich auch was zurückhaben. Nette Mannen, nein, 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 nein. Willa, krieg schon die Kretz. So, Loki, komm. Ha. Geht weiter. Jawoll. Zweite Walze auch bestückt. Loki blärt, weiter, komm jetzt. Mache Fünferreihe volle. Gut, eine Fünferreihe haben wir mitgenommen. Ja, und hier hat's gelangt. Was gibt es? Ach Gott, ach Gott. 200er Marke geknackt, Achtung. Ho, 300er Marke geknackt. Alter. 400er Marke geknackt. Ne. 500er Marke geknackt. Das kann nicht sein. 640 Euro. 640 Euro bei dem Bild. Alter Latz. Was war denn das für ein Win, Alter. Mir wird 3500 auf der Balance stehen. Wahnsinn. Loki blärt. Der ist auch von uns. Der ist auch ein Bruder von uns, der Loki. Der kommt auch von ganz unten. 7. Stockwerk. Untergeschoss. Alter. Ach Gott, ach Gott, hat der hochgezählt jetzt. Wahnsinn. Kyla Wind. Kyla Wind. Wir sehen uns.